Schwester oder Bruder? Was wünschst du dir? Wir brauchen einen Jungen. Ich weiß, dass Mädchen in dieser Familie weniger wert sind. Ich wusste nur nicht, dass du auch so denkst. Ohne einen Thronfolger sind wir verloren. Da draußen läuft eine Revolution auf uns zu. Er will mir etwas sagen. Ich glaube, die Menschen greifen zu den Waffen, weil wir ihre Wünsche nicht anhören. Die Unabhängigkeit? So macht man keine Politik, Elisabeth. Die Leute an ihrer Türschwelle umarmen. Seien Sie ganz, ganz ruhig, Majestät. Ich werde nicht ruhig sein. Unser Volk darf nicht den Glauben verlieren. Sie ist nicht die Kaiserin, die wir brauchen. Sie ist es, die die Menschen in unserem Reich zusammenhält. Du hast mehr Kraft, als du glaubst. Es gibt andere Dinge, die ich tun will. Für unser Reich. Es gibt eine Krieg. Es wird beginnen. Deine Familie wird auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Königin sein heißt, den Menschen ein bisschen Hoffnung zu machen, wenn es um sie herum dunkel wird. Männer führen Kriege, wir Frauen werden verheiratet, um unser Reich zu sichern. So wurde es immer gemacht. Dann machen wir das jetzt anders. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017